Moin und herzlich willkommen aus meiner kleinen bescheidenen Küche. Unaji, übersetzt aus dem japanischen Aal. Ich versuche mich heute mal an Unachu. Unachu ist gegrillter Aal auf Reis. In Japan wird der Aal auf hohen Temperaturen gegrillt. Da ich aber keine Zittelzonen habe, versuche ich das Ganze auf einem Anzündkamin. Und wie ich das Ganze mache und welche Zutaten ich brauche, das seht ihr jetzt. Folgende Zutaten benötige ich für dieses Gericht. Grünen Aal, Teriyaki-Soße, Wasabi-Paste, Limette und etwas Landkornreis. Gleich vorab, dieses Gericht probiere ich zum allerersten Mal. Und bevor die Kommentare nachher kommen, warum ich Gummihandschuhe trage, ganz einfach, ich mag Fisch nicht so anpacken. Die Aalstücke versuche ich jetzt aufzuspießen. Den Aal habe ich jetzt soweit zubereitet und einmariniert. Jetzt geht es an den Anzündkamin, den heize ich langsam an und gleich geht es nach draußen. So sah der Aal am Anfang aus. Und so, als er fertig war. Satz mit X, das war wohl nix. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt doch am besten was in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch und noch besser, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.